Zum Seen geboren, zum Schauen bestellt, Dem Türme geschworen, gefällt mir die Welt. Ich blick in die Ferne, ich seh in der Nähe Den Mond und die Sterne, den Wald und das Reh, So seh ich in allen die ewige Zier, Und wie mir's gefallen, gefall ich auch mir. Ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, Es sei, wie es wolle, es war doch so schön. In Faust 2 singt dieses Lied im fünften Akt der Türmer, dessen Leben im Wesentlichen daraus besteht, die Umgebung zu beobachten. Man darf dieses Lied aber sicher auch übertragen deuten und den Türmer mit dem Menschen gleichsetzen, der sich auf andere Art nach oben aufschwingt, um die Welt wahrzunehmen. Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt. Sehen kann man von Geburt an, Schauen ist ein Auftrag. Sehen ist ein unwillkürlicher passiver Vorgang, Schauen ein aktiver, mit Interesse an etwas verbunden. Sehen ist uns gegeben, aber nur indem wir schauen, können wir etwas daraus für uns gewinnen. Auf eine gewisse Weise fühlt man sich an den Spruch aus Faust 1 erinnert. Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Dieses Paradox fordert uns auch auf, etwas Geschenktes, hier die Überlieferung an geistigen Schätzen durch interessierten Umgang damit zu nutzen. Dem Turme geschworen, gefällt mir die Welt. Der Turm, der einen Aufstieg verlangt, entspricht dem Aufstieg, den man durch Bildung erlangt, die einem die Welt erst wirklich sichtbar macht. Ich blick in die Ferne, ich seh in der Nähe den Mond und die Sterne, den Wald und das Reh. Der Weitblick ist es, der einem Dinge nahe bringt, das gilt eben auch für den Weitblick, den man durch Bildung gewinnt. So seh ich in allen die ewige Zier. Ewig lässt auch immer irgendwie ein göttlich anklingen. Der Türmer dankt ebenso wie derjenige, der den Reichtum der geistigen Welt erkennt, dem Schöpfer. Und wie mir's gefallen, gefall ich auch mir. Die Welt bewusst wahrnehmen, ob vom Turme aus oder von der Warte des gebildeten geistigen Horizontes aus, ist der Quell der Selbsterfüllung. Ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, es sei wie es wolle, es war doch so schön. Das hat einen Anklang an das, was Faust sich ersehnt, sagen zu können, und wofür er sich sogar an die Hölle verwetten will. Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Der Türmer klingt so, als sei ihm solches Glück beschieden. Das Geheimnis ist, dass er nichts von der Welt erwartet, sondern dass er im Schauen der Welt schon sein Glück findet. Was auch immer mit dem Menschen geschieht, und sei es, ins Nichts dahin zu fließen. Faust rechnet anlässlich seiner Selbstmordgedanken damit, dass dies der Fall sein kann. Auf diese Weise sich die Welt zu eigen gemacht zu haben, ist alles, was man zum erfüllten Leben braucht. Es klingt schon ein wenig vom Gedanken Rilkes in seiner neunten Duineser Elegie an, dass wir vielleicht da sind, weil die Welt sich in uns wahrnehmen will. Wenn die in Faust 2 dem Lied folgende Katastrophe den Türmer bereuen lässt, das er sehen kann, dann nicht um ihn Lügen zu strafen, sondern um zu zeigen, mit wie viel Schuld das schreckliche Geschehen Faust belädt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017